Es gibt hier einen Aufzug, den habe ich mal gefilmt, schon lange her. Es gab hier einen Tschüss und guck auf zum Mitkeigen, glaube ich. Auf Worte, den Aufzug. Auf Worte. Das ist ein großes Fakum, die ich weiß nicht. Geht nicht. Kannst du helfen. Das ist eine Universität, glaube ich. Oder ein Arzt von der Schule ist das. Das ist eine Aufzugtriebmaschine. Das ist eine rosa Aufzüge. Das ist ein Telefon. Das ist eine rosa Aufzüge. 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 Das ist der Haus 1, schon aus dahin. Ich bin auch noch nicht so lange hier. Ich frage mich, wo kann man zum Haus 1 gehen? Nein, keine Ahnung, ich bin ja auch nicht so. Danke schön, ich ist schon mal da. Ich habe eine Frage, wo kann man zum Haus 1 gehen? Zum Hausarzt? Haus 1. Haus 1 ist da. Ich möchte da vorne sein. Da zur Tür, gleich rechts rein. Kann ich bitte kurz zeigen? Ist es da oder? Ja, da war einer. Da. Da einfach rein, genau? Ja. Es gibt auch Aufzug. Es gibt auch Aufzug hier. Ob es dann Aufzug gibt? Ja. Gibt es einen? Der Aufzug ist um die Ecke rum. Einmal hier rum. Einmal hier rum. Einmal hier rum. Jetzt sag mal ein bisschen bitte. Jetzt gehen wir zum Haus 1. Hier oder da? Ja. Dankeschön. Hier ist Haus 1. Hier ist Haus 1. Das ist schon gut. Ich habe zufangen. Hier ist Haus 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 3. 5. 5. 2. 5. 5. 6. 6. 6. Das geht ja nicht. Können wir hier auch durch. Ich bin da noch durchgegangen. Glaub ich. Ich gehe jetzt nicht mehr. Überaus kann ich es besser. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ah, das sehen wir hier. Uh. Ich bin da oben. Es geht mir ein bisschen zu viel. Ich habe zwei Türen. Wie soll es aufgehen auf einmal? Ich habe mir Angst. Sonst wird auch von viel. Von daher aus, Arme. Ich bin da oben. Hat keiner. Ja, gut. Ich glaube, er hat keinen Sound. Ich habe es auf dem Türen. Ich habe es auf dem Türen. Ja, ich habe es auf dem Türen. 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 Und du spürst den Türen. 3 gehen. Ja, eigentlich jetzt gehen wir zu Haus 3. Ich meine, ich weiß nicht, wo das ist. Ich glaube, wir haben keine Rufe rausgekommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Irgendwo ist Haus 3. Egal, egal. Ich muss mich mit mir unterhalten. Egal, dann fragt jemand anders. Ach, das ist mit dem Kärchen. Ich habe eine kleine Frage. Wo ist das Haus 3? Wo ist das Haus 3? Haus 3 ist einfach davor. Ich weiß nicht, wo der Aufzug ist. Wo ist der Aufzug? Aufzug von Haus 3? Kannst du bitte zeigen? Nein, da gibt es keinen. Da, wo du gerade rausgekommen bist. Da ist der Aufzug? Nein, aber ich will zum 3 gehen. Aber im Haus 3 gibt es keinen Aufzug. Du kannst aber hochfahren, wo du hin willst. Und dann nach Haus 3 rüber gehen. Gibt es da keinen Aufzug nach Haus 3? Nein, in Haus 3 gibt es keinen Aufzug. Ach so, okay. Wenn du hier rein gehst... Nein, 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 nein. Das war schon. Ist dann gut. Also, tschüss. Ja, Leute. Es gibt leider keinen Aufzug in Haus 3. Vielleicht gibt es einen Aufzug hier. In 13a. Gibt es einen Aufzug hier? Entschuldigung. Gibt es einen Aufzug? Gibt es einen Aufzug da? Kein Aufzug? Ach so, okay. Danke. Aber da gibt es auch keinen Aufzug hier. Ja, Leute. Das war's. Diese kleine Aufzugtour. Haus 1 und 2. Haus 3 gibt es leider keinen Aufzug. Ist auch schade. Ja, Leute. Ich gehe jetzt mal weiter. Zum nächsten Gebäude. Und dann gehe ich jetzt zum nächsten Gebäude. Ciao, Leute. Bleibt gesund. Ehe Elevator fahren. Bis zum nächsten Mal.